So, wir sind jetzt mit dem anderen Live. Ich bin aktuell noch beim Uppen, also ich wollte generell immer mein Nacktlauf-Ulti haben, auf Angelic haben. Und ich hab mir gedacht, okay, ich habe momentan genug Zeugs, genug Cholo-Token und ein paar Oris Moons hab ich auch gehabt zum Zeitpunkt. Und ich wollte natürlich jetzt nicht allzu viel da verschwenden, deswegen hab ich gedacht, ja, immer 100 oder so, passt ja irgendwie. Die, ja, ich mein, man sieht, ich bin nicht so lucky wie gewisse andere Spieler, mit denen ich zum Beispiel ab und zu um Farme gehe. XIP. Ja, ich bin halt da wirklich schon ein bisschen am strugglen, weil bei mir klappt es halt eben nicht ganz so schnell. Also ich hab fast alle Versuche gebraucht und, naja. Gut, zumindest in Zogging, in Zogging, in Zogging, das ist ganz schön. Und hier hab ich dann erstmal Sachen zusammenzuholen müssen für das Angelic-Upgrade. Klar, natürlich von, bei Int-AoE-BP, kompliziertes Wort, ist natürlich auch wirklich sehr wichtig, dass man einfach genügend Waffenattack hat. Und, ähm, ja, also, braucht man glaube ich nicht erklären. Und, genau, deswegen ist natürlich schon echt für mich ein relativ großes Ding, wenn ich halt eben die ganze Sachen, also, wenn ich das Ding halt eben auf Angelic hab, weil der Attacker-Unterschied liegt halt da nicht mehr, oder die Attack liegt da nicht mehr bei 1000, oder bis 1300, sondern ist es halt auf einmal so 1700 oder so. Also bis zu 1700 oder 1057 Attack dann eben auf dem Knuckle, also Waffenattack. Und, genau, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann zuvor aufgenommen hab, ich glaub, ähm, ich hab den dann schon nachher gemacht, ähm, und, hier erstmal Farmpartner offline, immer, immer gut. Genau, hab ich rausgeschnitten, und, ja, aber ich mein, man sieht auf einmal schon, dass der Damage jetzt ziemlich gut nach oben geht, ähm, ich mein, ich war zu dem Zeitpunkt Angels Rank, äh, 74. Ich spoil jetzt immer so viel, ich bin momentan 81,5 ungefähr, äh, übrigens das höchste Level, was ich bisher erreicht hab auf CWF Live, und, ich mein, die Chancen, dass ich Angel Rank vielleicht, dass ich vielleicht, vielleicht, sogar Angel Rank 100 mache, stehen gar nicht mehr so schlecht. Also, ich mein, ich war ja damals, ähm, oft wie schon auch so ne, so ein bisschen ne Level-Sau, also, ähm, ich hab jetzt so, ähm, ich hab die ganze Zeit irgendwie die Skills aktiviert, hab's nicht gemerkt, einfach. Ich hab halt irgendwie mein F-Tool angekappt und so, und falsche Skills geleistet, man kennt's. Ja, auf alle Fälle, ähm, ich hab ihn oft ja eigentlich früher ganz gern gelevelt, es war natürlich ultra langsam, und ich, 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 konnt's mir auch nicht leisten, dass ich irgendwie mit Amplis komplett durchballe oder so, hatte ich halt einfach nicht die Möglichkeiten. Und, ähm, ja, deswegen hab ich halt dann irgendwie versucht, einfach mit Masterstadt-Klasse zu leveln, halt einfach stundenlang Mobs kloppen, und halt einfach, so, wie man halt eben F-Life spielt. Ja, und, ähm, hab ich jetzt eigentlich nicht so ganz das Problem, oder nicht wirklich ein Problem eigentlich, also ich hatte das eigentlich kein Problem, innerhalb von ein paar Tagen jetzt Angel Rank 100 zu machen oder so, also, find ich jetzt nicht schlimm. Muss dazu sagen, ich mach halt momentan noch ein bisschen mehr, und deswegen, das hält mich halt momentan grad, ihr müsstet davon ab, und, ähm, ja, das ist halt im Prinzip der Hauptgrund. Und, ich weiß, jemand hat letztens gefragt, ähm, ob er mal das Inventar, äh, das Community Equipment sehen kann, ähm, ich hab's leider vergessen jetzt zum, zum Aufnehmen, also, die Folge war schon, schon ein paar Tage älter, ich glaub eine Woche oder eineinhalb, ähm, nein, nicht ganz. Und, äh, ich hab jetzt auch nicht mehr dran gedacht, dass ich jetzt vielleicht nochmal schnell in Game reingehe, und das nochmal schnell aufnehme und so, das hab ich jetzt irgendwie verpennen einfach. Aber gut, mach ich, mach ich morgen wirklich dann. Also, wenn ich morgen CV upload, dann, äh, äh, wirklich. Ja, ähm, was hab ich gestern erzählt? Irgendwie mir gegen Internet und so. Ich hatte irgendwie jetzt nochmal so, also so, so ein, so, irgendwie so komische Disconnects irgendwie gestern Abend. Ich mein, das war nicht schlimm, aber das ist halt irgendwie so ganz cool, wenn du in Flife bist, oder in irgendeinem anderen Game bist, und auf einmal dann irgendwie so Internet weg, Connection lost, denkst du halt so, geil, toll. Auch wenn's nur ne Sekunde oder so ist, aber es reichte, dass du einfach komplett nur einloggen musst. Ja, gut. Aber ich mein, zumindest momentan funktioniert's wieder. Ähm, bin eben relativ zufrieden soweit. Ja, äh, was lustig ist? Eigentlich zwei lustige Sachen. Nummer eins, äh, ich bekomme ja momentan wirklich echt super viele, äh, Kooperationsanfragen. Ähm, zuletzt hat mir sogar eine Spielzeughersteller, eine Kooperation angeboten, für einen, ähm, für ein verengestautes Auto halt. Ähm, ich muss sagen, ich bin momentan so ein bisschen im Überlegen, wenn man so gedacht hat, okay, nimmst einfach mal alles und machst es einfach mal so. Ich mein, klar kann man sagen, was bringt dir das irgendein Ding für 30, vielleicht 40, 50 Euro oder so, dann kriegst du es umsonst vielleicht, aber was hast du davon? Ich mein, jetzt mal wirklich, und ich lese wirklich mal nur aus, aus rein, aus rein strategischer Sicht. Komplett. Ähm, mit den Firmen, mit denen ich zusammen arbeite, sind eigentlich im Prinzip eigentlich alle entweder aus den USA oder China. Also im Prinzip sind es eigentlich eh nur China-Produkte. Ähm, komplett aus rein strategischer Sicht. glaube ich, würde es Sinn machen, wenn ich sage, okay, ich nehme alle mit, ich stelle einfach irgendwas vor, ich mein, ähm, ich komme sowieso, oder ich habe sowieso nie einen Grund, irgendwie ein Real-Life-Video zu machen und wirklich meine Kamera auszupacken, ein bisschen was zu filmen. Warum nicht? So, denke ich mir halt so. Und natürlich, rein strategisch, ist es auch nicht dumm, wenn man halt dann sagt, so, ja, okay, machst du es halt, machst du vielleicht mal so hier und da mal ein Review und so. Ähm, manche kommen auch ganz gut an. Ich glaube, ein Toner-Review hat mir jetzt schon über 1000 Views bekommen. Und, ähm, sowas dann teilweise Leute drunter schreiben, habe ich dann so auch gemerkt, dass die es eigentlich gar nicht mal so schlecht finden. Und, vielleicht kriegt man halt dann einfach auch mal irgendwie andere Sachen. Wie gesagt, das ist nämlich gerade so eine Sache, wo ich gerade so überlegen bin, okay, irgendein Erzähler oder das ist halt so ein, ja, es ist es weder mein Content, es ist weder die Zielgruppe, also da hat der Gefühl jetzt, da haben jetzt nicht viele Leute was davon, würde ich jetzt nur so behaupten. Ähm, und ich natürlich auch nicht. Also, ich meine, klar, auf YouTube hat jeder was davon, weil, wenn man halt nachsucht und so, da findet man es auch. Ähm, ich habe mir allerdings Gedanken drüber gemacht, was man damit machen könnte. Und, ich meine, wir haben jetzt September. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht einfach annimm, ein Video mache. Ich meine, ich kriege halt dann keinen Cent dafür. und, ich sammle diese ganzen Sachen, eventuell andere Spielzeuge oder was auch immer, äh, bis Weihnachten, ähm, pack die ein und spende die entweder an die Caritas oder an irgendwelche Kinder-Nothilfe, äh, Einrichtungen, Organisationen, was auch immer, ähm, dass man vielleicht einfach dann Kindern schenkt. wie gesagt, ich meine, ist natürlich da ein bisschen, ein bisschen blöd, weil es halt einfach der ganze Aufwand, die ganze Arbeit für nix ist und alleine der ganze E-Mail-Verkehr immer hin und her und, ja, so unterm, unterm Strich, geht halt für einen Review, ich meine, fürs Review selbst, aufnehmen, schneiden, sich ein bisschen mit auseinandersetzen, drei Stunden drauf, halt mit veröffentlichen, dann sagen wir mal vielleicht vier, dann schreibst du vielleicht noch ein Review mit dazu, mit dem E-Mail-Verkehr, also nochmal, ein bis zwei Stunden, ja, fünf, sechs Stunden für so ein Review, ist realistisch. Und ich meine, wie gesagt, ich überlege natürlich dann schon, weil ich mir so Gedanken mache und so, es ist halt ultra viel Zeit, was halt in das Ganze reingeht und halt nur für ein paar Sachen, was dann wahrscheinlich sowieso dann spenden lässt, weiß nicht. Bin ich halt gerade mal mit einem Überlegen, ob das halt wirklich Sinn macht und so, weiß ich nicht. Ach ja, genau, hier war, ähm, Ringmaster Lakotten aus, ich habe bloß dickeweise Lakotten auf dem, auf dem Bildposter gehabt, diese Folge war richtig genial, die war professionell ohne Ende. Dann stirbt der Ringmaster, aber ich meine, wir haben ja noch einen Bildposter hier, da ist nur so ein Problem, mit einem fehlenden Stick zum Beispiel, Kappa Kappa. Ja gut, okay, das ist natürlich wieder professionell ohne Ende. Wir haben drei Leute, die theoretisch resten können und keiner kann am Ende resten. Ist es einfach bitter. Kannst doch tot anhandeln. Das war immer ein Feature. Nee, vielleicht besser nicht. Ja, also wie gesagt, das ist halt momentan noch so eine Sache, wo ich gerade am Überlegen bin. Und so eine andere kleine Sache, ähm, was Lustiges eigentlich, also Real Life bei mir. Ich meine, ich zocke ja öfter mal mit Freunden von hier und von da und so weiter. Ein guter Freund aus Hamburg zum Beispiel, hier hat er übrigens resetet, genau, ähm, ein guter Freund von Hamburg, der hat ja erzählt immer so, ja, Alter, ich habe hier Fenster offen, Türen offen und so, ich hocke hier irgendwie in kurzer Hose und T-Shirt da, ist dann irgendwie 26 Grad im Zimmer. Und draußen hat es irgendwie auch noch so 23, 24 und so. Und ich finde es immer so lustig, bei ihm ist er immer so übel warm irgendwie. Und, ja, bei mir ist es halt dann so das komplette Gegenteil. Ich hatte jetzt, also ich meine, wir hatten schon auch ein paar warme Tage dieses Jahr, also Maximum war ein bisschen 30 Grad oder 31 war es allerhöchste, glaube ich. Was es nicht wirklich extrem viel ist, meiner Meinung nach. Also 2018 hatten wir, glaube ich, 36 oder 37 sogar. Einmal, zweimal. Keine Ahnung. Und mittlerweile ist es halt so, ich glaube vor drei Tagen hatten wir eine Nacht einfach, also so Abendnacht halt irgendwie 7, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas. Um die 7 Grad halt. Was einfach verrückt ist, wenn man gerade mal überlegt, geht im August halt so 7 Grad. Ich meine, ich wohne jetzt auf 800 Meter, die Berge bei uns sind so bis 1700, 1900, vielleicht 2000, der eine, bin ich mir nicht ganz sicher. Weiß ich nicht, außer wenn ich sage mal einfach so bis knapp 2000 Meter. Und selbst bei den, in Anführungsstrichen, kleineren Bergen mit 1700 Metern, ist halt da schon ein Temperaturunterschied von 5 bis 7 Grad. Das heißt, hätte es einfach Niederschlag gegeben, dann wären am nächsten Tag die, die Berge weiß gewesen. Und es ist halt einfach im fucking August, Alter. Ich muss dir das ja immer vorstellen, so im Hochsommer, einfach Schnee. Es ist halt einfach zu krass irgendwie, keine Ahnung. Und wie gesagt, halt so, nebenbei halt diese Kontrast irgendwie so, der, der Kumpel von mir hockt halt irgendwie im Norden, in Hamburg oder so, oder näher in Hamburg und hockt halt in kurzer Hose da und hat irgendwie 26 Grad, oder draußen und 24 Grad im Abend halt irgendwie. Oder mittlerweile, glaube ich, mittlerweile waren es, glaube ich, 18 oder 17 Grad zum Zeitpunkt bei ihm, keine Ahnung. Ja, das ist halt irgendwie echt verrückt irgendwie so. Ich meine, es ist nicht mal, nicht mal so ungewöhnlich jetzt irgendwie bei uns 2000, wann ist das heiße Jahr? 2018 war das, oder? Wo diese Temperaturkorde waren, habe ich schon mal erzählt. Da war es halt irgendwie ultra warm überall, also bei uns natürlich auch. Und drei Tage später dann, kam halt so, also innerhalb von drei Tagen ist die Temperatur so weit abgestürzt, dass dann in Österreich, wo wir halt irgendwie mal am Wochenende mal in den kurzen Kwan sind, dass es einfach die Berge voller Schnee waren. Also wirklich so ein Drittel hat es einfach runtergeschneidt, vor allem nach dieser Zeit, wo es einfach so 40 Grad so gekappt hat. Und ich meine, man kennt das vielleicht, oder ihr kennt es wahrscheinlich jetzt gerade nicht so, aber wenn halt auf dem Berg, wenn es irgendwie Neuschnee so gibt und die Kälte zieht das einfach brutal runter, also da kannst du Winterjacken auspacken. Das ist kein Witz oder so. Ganz egal, ob es jetzt irgendwie August ist oder Hochsommer oder sonst irgendwas. Wenn da irgendwie Schnee auf dem Berg dann liegt, dann kannst du halt Winterjacken auspacken, weil dann, ich meine, ein Windchen, wenn er runterzieht, dann ins dann einfach so diese brutale Kälte dann einfach direkt wieder. Und ja, es ist halt irgendwie lustig. Momentan, also die Jahre irgendwie momentan sind echt komisch. Also wir haben wirklich momentan irgendwie Schnee im August teilweise. Also teilweise theoretisch, teilweise auch wirklich praktisch. Wie gesagt, theoretisch könnte man halt ab und zu in manchen Tagen jetzt sogar schon Schnee haben, wenn es einen Niederschlag geben würde. Und im August vorletzten Jahres, da gab es einfach sogar wirklich mal Schnee auf den Bergen. Es ist halt verrückt irgendwie so, wenn man sich mal drüber nachdenkt. Ich meine, damals hat man mit dem Stiefvater so jetzt halt, ja, gab es auch mal irgendwie einmal Schnee im August und so, weil so volle Spektakel. Und jetzt innerhalb von drei Jahren halt quasi fast zweimal halt irgendwie Schnee im August. Also es ist halt verrückt irgendwie so, keine Ahnung. Aber gut, danke fürs Zuschauen und ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr auch schon mal hier irgendwie Schnee im August gelebt habt. Ich denke wahrscheinlich nicht, aber wäre interessant zu wissen.